Shaqiri-Wechsel fix. Das Tauziehen um den Schweizer Nationalspieler ist beendet. Der 23-Jährige wechselt für rund 17 Millionen Euro von Inter Mailand zu Stoke City in die Premier League. Das gab der englische Klub am Dienstag bekannt. Der frühere Bayern-Profi unterschrieb einen Fünf-Jahres-Vertrag und ist der teuerste Neuzugang in der Geschichte der Potters. Er könnte sein Debüt bereits am Samstag gegen Tottenham feiern.